Bei Zungenkrebs handelt es sich um bösartige Tumoren auf der Zunge. In der Regel bereitet Zungenkrebs lange keine Beschwerden, weshalb er meist unbehandelt fortschreiten kann. Frühzeitig erkannt und behandelt stehen die Heilungschancen bei Zungenkrebs gut. Diese Symptome sollten ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden. 1. Belag auf der Zunge Weißer Zungenbelag ist meist Anzeichen eines Pilzbefalls. Seltener können weiße oder rote Flecken auf der Zunge auch für einen Tumor sprechen. 2. Schmerzen und Brennen Auch Schmerzen in der Zunge und im Rachen, die teilweise bis in die Ohren ausstrahlen, sind ein mögliches Anzeichen. Zudem kann es zu einem Brennen der Zunge und im Mundraum kommen. 3. Schwellungen und Schluckbeschwerden Möglich sind auch Schwellungen der Zunge und Schluckbeschwerden. Bei einigen Betroffenen kommt es aufgrund der Beschwerden auch zu Problemen beim Sprechen. 4. Geschwüre Im fortgeschrittenen Stadium entstehen oft Geschwüre an der Seite oder unterhalb der Zunge. Diese äußern sich durch Wunde, blutende Stellen, die nicht abheilen. Im weiteren Verlauf bildet sich dann ein Tumor, der blumenkohlartig flach auf der Zunge oder als Knubbel sichtbar sein kann. 5. Allgemeine Symptome Auch allgemeine Symptome wie Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Gewichtsverlust und Abgeschlagenheit sind möglich. 5. Allgemeine Symptome 5. Allgemeine Symptome 5. Allgemeine Symptome